Ich heisse Elsinger Bruno, bin 88 Jahre alt und wohne in Zürich. Bemerkt habe ich den Hörverlust im Jahre 1955. Für die Operation habe ich mich entschieden, weil ich mir erhoffte, eine bessere Hörqualität zu erfahren und somit auch ein besseres Leben führen konnte. Nach vier Wochen war dann die Runde ausgeheilt, sodass der Prozessor ausprobiert werden konnte. Nach der Operation habe ich sofort eine sehr gute Hörqualität erfahren. An das neue Gerät habe ich mich sofort gewöhnt, weil es mir doch eine erhebliche Hörqualität brachte. Seit dem Frühling verwende ich den neuen Samba 2. Am neuen Samba Gerät gefällt mir die gute Tonqualität und die Handlichkeit. Beim neuen Samba 2 benutze ich oft die App, damit ich die Lautstärke mit dem iPhone verändern kann. Ich bevorzuge die graue Abdeckung, weil meine grauen Haare dazu geeignet sind. Am meisten freue ich mich mit dem neuen Prozessor, wenn ich mich mit der Familie unterhalte und wenn ich schöne, gute Musik hören kann. Rückblickend würde ich die Soundbridge-Operation nochmals durchführen lassen, weil es mir die Lebensqualität wesentlich verbessert hat. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.